Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Ja, ach ja genau, wir haben hier unten. Äh, ja. Speichern müssen, weil wir da nicht mehr hochgekommen sind, genau. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, es klappt wieder. Okay. Ja, schön. Super. Würde ich mal sagen. Ach ja, andere. Ruhe und Ausdauer. Vielleicht sieht man so geil. Äh, Ruhe halt, also die, die, das schon schlafen. Aber, ah, jetzt schon schlafen? Wenn ich jetzt hier hinhocken, ist auch scheiße eigentlich, oder? Weil ich mich jetzt hier die ganze Zeit hinsetze und auf mehr Ausdauer eigentlich warte. Das ist eigentlich auch doof. Da hätten sie so ein, so ein, Timer, sag ich mal, machen sollen, das vorspult. Wenn ich hier sitze. Was fällt denn da runter? Was fällt denn da runter? Ach so, es ist die Regentropfen. Was fällt, was fällt da hin vom Himmel? Oh shit, das sieht brudelig aus. Oh shit, das sieht brudelig aus. Meine Beine vertreten, ne? Sind ja auch ganz interessant zu gucken, was die, ups, was die hier so machen. Ja? Was kann ich für dich tun? Kommt her, grimmst dich an. Setz dich vielleicht noch mal hin. Ja, das schulische war... Genau, Schäferloch, ja, genau. Oh! Oh Gott! Klapp! Das sieht sich eigentlich aus mit der Uhrzeit. Kann ich natürlich nicht rausholen, so. 15 Uhr, ja, schlecht, ey. Ja, ich hab auch keinen Bock jetzt die ganze Zeit rumzusitzen. Und nachts will ich auch nicht rumlaufen, da hab ich auch gar keinen Bock drauf. Oh, das ist rätzend. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Warte, was? Okay, ich muss was trinken. Warte, was? Er schneidet ernsthaft jetzt schon? Äh, äh, äh. Nein! Oh ne, ist das gefroren? Gott sei Dank nicht. Wieso friert... Okay, ist das sehr dunkel? Wieso friert denn das jetzt schon? Ach du großer Gott! Oder, oder was hat friert? Schneid! Wo ist das jetzt hingelegt? Äh, äh, da in die Richtung. Schnee und Gewitter, okay, das ist schon cool. Kann ich denn jetzt auch schlafen? Ja. Holy Crap, alter! Esch! Holy Shit! Ist das geil! Bisschen, 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 dolle, sehr früh. Ich weiß nicht, ob die auch jetzt auf mich grad zugehen, zu laufen. Natürlich! Ähm. Äh. Warte, warte, du sagst! Oookay. Ah! Warte, du sagst! Eev, du sagst... Wie sitzt du? Ah? Ah... Missed. Der Schnee scheint auch ein bisschen tief zu sein. Ja. Da oben. Klar, der Heddy. Okay. Was? Bist du wieder gut? Okay. Cool. Okay, mir ist kalt und ich bin nass. Stoff? Ja. Trag. Oh. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hä? Warum hat der nicht angezogen? Achso. Okay. Wo ist die andere Rüstung? Die ist doch jetzt da. Die bringt nichts. Die bringt nichts? Scheiße. Oh. Wow. Genau. Ich verstehe. Okay, das ist Mist. Ich dachte, die bringen deutlich mehr. Holy shit. Aber geil, dass es hier schneit. Also, das wusste ich nicht. Okay. Tierhautrüssel. Ich habe kein Leder, würde ich sagen. Nee, ich habe ja noch gar keine, ich sage mal großen Tiere erlegt. Ich habe auch nur drei Steine. Ja. 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 Ich glaube. Ja. 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 Ich habe die. Ja. Ich habe keine Ordnung. die hat ja nichts mehr er und kuh wechseln ja keine ahnung es ist so kalt mich nervt gerade nur sehr dolle dass wir jetzt leider keine steinchen finden wir brauchen ein steinchen mehr ist gerade echt ist ich überlege was ich mache weiß nicht ob es morgen schon wieder besser ist und ich weiß ja wann ich leben verliere wegen kälte und nässe echt schwierig und auch cool da wo ich danke stiefelten bleibt scheinbar bis längere schnee unten naja ich nehme zurück schneidt schon etwas doller geht das an trotzdem nene ich glaube ok oh warte mal kann ich auch mit r switchen irgendwas ne nur wenn es steht setzt er sich hin wie dem feuer wollte ich gerade sagen aber ich glaube nicht ich glaube das war einfach nur einfach nur so ja ich kann überlegen wie spiel haben wir es dann so bestimmt noch sehr früh oder ja zehn uhr ja folgen wir mal die die das sind es mal eigentlich vernünftige tiere holen wo ich gegeben hat auch wirklich tier oder so bekomme auch doch das kältedings ist auch so ja gut weil ich verstehe gerade vom feuer war da brauche ich es mal mal gucken re wäre cool ein hörsch glaube ich ist momentan noch nicht drin so hier hat man mal zwei gesehen das bedeutet hier könnte ja auch ein spawnpunkt sein hier ist es halt die ganz 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 große frage die kleinen tierchen spawner denke ich mal dann auch nicht das bedeutet wir sollten vielleicht mal eine fischfalle bauen auch sieht das schick aus hier hat sich sehr gerne gesehen oh mein gott oh mein gott ich mach einmal ich glaube der kriegt doch gar nichts cool ich finde kein kleines steinchen jetzt und jetzt verfolgt er mich wieder nicht weil ich in einer lederbeutel achso achso doch der verfolgt mich doch okay dann lassen wir hier einfach mal kurz lang laufen ich weiß nicht ich habe es nicht gesehen ich habe einfach nur i gedrückt okay das tiere spawnen das finde ich schon mal sorry about that but i need you put on ah keine hasenhaut gibt es nicht scheinbar okay wir müssen aus dieser umgebung jetzt ganz schnell weg würde ich jetzt mal sagen kann ich denn ja auch die bäume hochklettern schade das ging ja mal eine kurze zeit bei sephorus das fand ich persönlich halt immer ziemlich geil aber leider geht das nicht mehr das ist auch gar nicht wieso ach da weil da einer auf den stein sitzt ich hatte sogar auch auf den stein oh Moment oh ui oh was ist verfolgt und weiteres ach so jetzt hat er allgemein aufgehört zu schneiden das schön jetzt hier rechts hier ok ich dachte das wäre immer so ein event sag ich mal gegen kälte kann ich nichts machen weil ich auch keine rehe gerade finde